Der US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz. Teilnehmer aus acht Nationen kämpfen beim Strong Europe Tank Challenge verbissen um den Sieg. Der körperlich fordernde Wettbewerb wird seit 2016 ausgerichtet. Ganz vorne mit dabei sind nach fünf schweißtreibenden Tagen wieder einmal die Österreicher. Obwohl wir mit dem ältesten Gerät antreten, konnten wir bei den meisten Stationen beweisen, dass wir körperlich und von den Soldaten von der Ausbildung her durchaus in der Lage sind, mit der europäischen Panzerspitze mitzuhalten, aber leider technische Limitierungen bei unserem Gerät haben, die wir mit noch mehr Ausbildung und noch besseren Soldaten kompensieren mussten, um heuer auch wieder vorne mit dabei zu sein. Die Teilnehmer müssen viele verschiedene Aufgaben bewältigen. Die Strong Europe Tank Challenge ist so ausgelegt, dass alle Mitwirkenden bis zur letzten Minute gefordert sind.